Unser Schlager. Eines Tages. Ein bisschen Helene wollten wir ja aufs... Unser Ticket in den Schlager-Hippel. Ja, nicht ganz. Aber es ist schon sehr catchy. Und wir sind ja hier auf dem Set zum Videodreh von Eines Tages gerade. Und es ist, ja, es macht Spaß. Ich habe den Song eigentlich geschrieben, als eine Art, so einen Text, als eine Art Ballade war eigentlich angedacht. Wir haben gedacht, ne. Sie hatten überhaupt keine Ballade. Dann machen wir ein bisschen richtig was. Wieder mit Schwung gerade. Das ist so oberflächlich, da kann nur so ein... Das ist eigentlich... Nein, das ist eigentlich gar nicht oberflächlich. Ich meine es wirklich ernst. Im Text ist wirklich mal jemanden geschrieben, an dem ich dachte und... Ich finde es schön. Eines Tages. Eines Tages. Jeder Schritt ist ein Tanz, jedes Wort ein Gedicht. Jeder Blick ist ein Wunder, doch mich siehst du nicht. Vielleicht, vielleicht eines Tages schaust du in mein Gesicht. Doch hier und jetzt, dir ganz nah bin ich nicht.